Felix, was baust du denn da für eine Dampfmaschine? Lauter Lüfter hier, passend sogar eingeschaltet in Geländen. Was hast du denn da gebastelt? Was hast du denn damit vor? Kann das sein, dass du jemanden zum Geburtstag gratulieren willst? Ganz lieb, ja. Und zwar jemand, der Lüfter ganz gerne mag und Lüfter sammelt. Aha. Aha, und das ist einer, der dir immer folgt überall und alles guckt, was du so machst? Ja, der ist das? Dann weiß ich schon, wer das ist. Das ist nämlich der liebe Simon, richtig? Deshalb hast du auch was Schönes gebastelt. Hallo Simon, zum Geburtstag wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Dein Felix. Das ist aber schön. Na, darauf, da singen wir doch auch gleich mit. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Simon, Happy Birthday to you. Und immer eine Handbreite Luft zwischen den Lüfterrädern, damit es nicht quietscht. Happy Birthday to you, 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 Happy Vielen Dank.